Musik Ich möchte dich umbringen Na komm her Du hast mich doch lieb Ich lade dich auf dem Cover Auf dem Cover? Ich muss die Musik mal wieder anmachen Was steht hier? Was soll man denn hier? Was soll man denn hier? Oh, das rockt Das ist bei dir jetzt auch ein Instrument Äh, was? Aber eigentlich habe ich ja gar nicht so viel falsch geboten Guck mal Das rockt das Lied, Alter Voll der geile Blues Oder? Meinst du? Oh, das war ja Oh, das war ja Kaffee Stell dir mal vor, du würdest in so einem Wald kommen und ich würde sowas anstarren, durch das dichte Gehölz. Stell dir mal vor, du würdest nur diese roten Augen sehen und dann leises Knochen. Das wäre irgendwie schon ein bisschen krass, oder? Gruselig! Ja, okay. Ich habe ja ein bisschen mehr Fantasie als manche andere Leute, weil... ...sind ich dumm. Ne, keine Ahnung. Machombos. Fink, fluffy Unicorns. Fink, fluffy Unicorns. Fink, fluffy Unicorns. Fink, fluffy Unicorns. Wir haben das Lied, ne? Wir waren so dumm, Alter, ne? Wir haben das Lied an Silvester, zehn Stunden Version gehört, ja. Aua Komplett durch und danach Haben wir Levan Polka 10 Stunden Version gehört Guck mal das habe ich nur für dich gemacht Das ist glaube ich das hässlichste Herz Was ich je gesehen habe Ah geh nach Bauer so Frau Da gibt es noch hässlichere Sprach von in den Herzen Wir machen jetzt mal noch ein Lied an Ich glaube nämlich die hast du noch nicht angehabt Hier Aber manchmal muss man die Blöcke wieder laut hören Jetzt bin ich ja gerade weg von denen Und ich Ich treue noch ein bisschen Ich mach schon wieder falsch Ich mach schon wieder falsch Regnet das auch nicht Warte mal jetzt erstmal ganz kurz überlegen Ich kann da reinfallen jetzt gerade wie das war Ich kann da reinfallen jetzt gerade wie das war Ich hab ne Idee Und wann musst du morgen so Und wann musst du morgen so aufstehen Ich muss morgen früh um 7 aufstehen Ich muss um 35 aufstehen Ich muss um 35 aufstehen Wegen Haare waschen und so Weil die müssen ja bis dahin noch trocken sein Und nein jetzt kommen wir nicht Es gibt doch auch Behörden Ja gibt es aber ich lass die Haare von Luft trocknen Weil die dann besser liegen Das war irgendwie LOL Hast du gerade diesen Einturm gewascht? Ich hab dich gerade unsichtbar gemacht Wie geil ist das denn? Ich hab den Drang der Unsichtbarkeit geworfen Du bist unsichtbar Siehst du mich? Siehst du den schwebenden Drang? Warte Bist du direkt über mir oder bist du Ach da warst du Ich seh dich Ist das geil? Ich bin auch Ne ich bin jetzt wieder sichtbar Und du? Ich hab noch 5 Minuten 5 Minuten? Ja LOL Ich hab mich einfach unsichtbar gemacht Ich weiß nicht wieso das so ist Moment mal An so manchen Stellen nachts Ist es irgendwie dunkel Ne? Also jetzt in einer Nacht Gesehen Es ist dunkel Und dann Irgendwie gehst du ein paar Schritte weiter Und dann ist es wieder hell Ich weiß nicht ob das an den Shadern liegt Ey guck dir jetzt mal den Nebel an Mit den Shadern Und dann auch den Glowstone Ich hab keinen Nebel an Ach den an Digga Das musst du dir einfach mal angucken Der sieht richtig geil aus Achso das ist ja nicht werfbar Ist das geil Wie da einer baut Und nebenbei Schaden bekommt Stürzt ich das noch jetzt? Das ist so mega geil Ich bekomme gerade eh keinen Schaden Äh Ich bin resistent Für 4 Minuten oder so Typ Echt? Das ist ja scheiße Ja ich hab nämlich Du hast mir nämlich goldene Äpfel und sowas gegeben Ich weiß Ähm Ich kann dir mal einen Speed Buff geben Hast du einen? Ich bin Lightning McQueen Ja Ja Sie rennt so einen Block durch die Gegend Wie geil ist das bitte? Mew Oh mein Gott ey Was haben wir noch so für Tränke? Jetzt kriege ich wieder Schaden Jetzt kriege ich wieder Schaden Oh Wie viel Kriegst du doch Schaden Weiß ich nicht Weiß ich nicht Wo kriegst du das? Äh auf E Auf E drücken Ich glaub Ich glaub du stirbst gleich Ich Ne ne fast schon Guck mal wieder volles Leben Ich seh Kriegst du davon keinen Schaden? Ich hab goldene Äpfel Ich seh dich ja nicht mal Tja Ist das geil ey Ich freu mich grad voll Nein! Wo bist du? Ja. Das sieht einfach so geil aus, wie du als Würfel einfach nur durch die Gegend läufst. Aber es wundert mich, dass der dir keinen Schaden macht. Weil das eigentlich der Drang des... Das ist Drang des puren Schadens. Normalerweise müssen die dir am meisten Schaden machen. Der macht mir gar keinen Schaden. Und das ist eine eindeutig eine Hürde, ich war das. Oder sind hier Zombies auf der Survival Map, das sind Zombies, das sind Zombies, auf dieser Eventmap. Bist du jetzt langsam? Hä, bist du jetzt langsam geworden? Nö. Ich bin zu Fame dafür. Dann müssen wir uns die Hardsache mit entgreifen. Jetzt geh weg mit deiner Lava. Bist du tot? Nö. Ich habe kein einziges Leben verloren. Weißt du warum? Du hast mich mit einem Feuerschutztrang abgeworfen. Scheiße. Und der hält noch über 2 Minuten. Nein, das kann nicht sein. Wieso habe ich das getan? Ich bin schlau. Ey, der Regen, ne? Manchmal sieht der irgendwie aus wie Schnee, wenn man so auf den Boden guckt. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ach, da bist der wieder. Ich bin auf 15 Sekunden unsichtbar. Sehe dich trotzdem. Wie du siehst mich. Dir den Tram, den du in der Hand hast. Daher weiß ich, wo du bist. Ach ja? Ja. Bis neben mir. Bist wieder wegbar. Bist wieder wegbar. Ähm. Ja, ich meine, das ist gerade wegen dem Wasser, das ich so baue. Weil ich das nicht genau sehe. So, das letzte, das vorletzte Feld. Stimmt, dann haben wir es geschafft. Hab ich es geschafft. Du machst ja nichts. Scheiße. Ähm, 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 also... Ja, ich muss ja so die Spannung ins Respekt... Oh, ich... Ich will jetzt nicht den Block unter dir abbauen und schlag dich dabei. Was? Oh, jetzt... Bau das mal bitte ab. Ja, ich habe keine schwarze Wolle mehr. Ja, ich bin. Das ist der reinste Träume. Das ist der reinste Träume. Und da gibt es doch auch noch... Ich brauche nur noch schwarze Wolle, dass das gut funktioniert. Äh, komm her. Da. Da ist die Spannung gerade raus aus der Folge, oder? Die Spannung aus der Folge? Ja, das war jetzt diese Troll-Fase, die ich mit dir gemacht habe. Das war jetzt Folgenkiller Nummer 1, weißt du wem? So, das ist wie Navy CRS. Immer nur Wiederholungen. Was? Guck mal. Guck mal, ich mach's ab. Sieht auch nicht schlecht aus, so die Kombination. Ey, das ist gerade irgendwie bei einer Sekunde auf den nächsten Tag geworden. Da. Du bist nur, da. Diese bewegenden Blöcke da drin? Ey, du musst da sehr einen Stein reinmachen, weil die haben doch Gesichter. Warte. Warte. Das looks, das looks ein bisschen creepy. Alter, wenn du damit ne Band machst. Blöde mich. Äh, was? Ja, so sieht das auch aus. Sag mal, sag mal, slowtig dieser Sand. Ja, der slowt. Alter, das sieht aus wie so ein Sp... Boah, warte mal, das muss ich mal ausprobieren. Ne Band daraus, boah. Das sieht aus wie ein Spiegel, warte mal. Auf einmal hast du so ein Portal zur Hölle, aber zu einer anderen Hölle. Guck mal, wie krass das aussieht, oder? Ja. Man bist du hässlich geworden. Man bist... Also wenn ich das so sehe, dann... ...soll ich vielleicht doch mal zum Chirurgen gehen. Sollte ich doch nicht mehr in den Spiegel gucken. Ja, lass den mal in der Mitte. Oder jetzt mal drumrum. Das stimmt auch ganz cool aus. Ey. Ey. Mir kommt grad eine Idee. Guck mal. Wenn du jetzt... Wenn du jetzt hier das Pferd hast, ne? Wenn du da einen Block wegschlägst und da Seelenstein reinmachst, ne? Oder hier in die Mitte, da, wo der Glowstone mit drin ist, ne? Dann hättest du rein theoretisch ein Gesicht in den Türm. Das wär doch auch ganz cool eigentlich. Ich probier's mal beim Turm, beim richtigen. Sieht... ...komisch aus. Ich bin das Pücher. Na gut, ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle immer mal die Folge. Sonst wird das noch schlimmer als sonst. Aber warte, 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 warte. Komm her, komm her, komm her. Jetzt kannst du Bild machen, wie die Sonne untergeht. Wade, ich komme. F1, F5, F5. Komm her. Adios, Freunde. Ich hab's wieder verpasst. Ich bin so... Ich bin so scheiß schlecht. Äh. Ach so, ich hatte grad der Mondkirr von zwei Seiten. Ich hatte auch wieder irgendwie. Ja, lass uns in den Mond reinstellen, komm. Warte kurz. Ich muss kurz zurückschreiben. Das nötig auch. Stück weiter rüber. Anderes rüber. Ja, 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 ja. So. Okay, und? F12. Ne, Quatsch. F2. Ja, okay. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Jungs. Tschüss. Tschüss.